Die sind nicht abgegradet, die sind einfach nur wirklich für Notfälle. Ja, da ist er wieder. Ja, ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich gebe euch noch mal zur Sicherheit Notfallbatterien. Moin OG, was geht? Und die Batterien, die ich euch gleich gebe, müsst ihr aber noch aktivieren mit Shift-Rechts-Klick. Okay. Ach, mein Gigabreaker. Der ist wunderschön hässlich. Und die stellt ihr dann auf Charged-Feld-Items. Schnauze. Schnaufe. So, äh, wo haben wir euch denn? Na, ich tue sie einfach in eure Pisten rein. Melvin, warum ist dein ME so voll? Mann, ich habe es doch gerade freigeräumt. Leute, wird es rot. Ich gehe was trinken. Nein, Spaß. Ich bleibe natürlich hier. Melvin. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich lasse extra meinen Leaf Blower hier. Ich stelle eure Dinger schon auf die richtigen Modi ein. So, die sind schon richtig eingestellt bei dir, Ike. Ach, das wäre gleich? Okay. Ey, Melvin, das kann jetzt nicht sein. Was ist passiert? Ich will nicht becranen. Nein, nichts. Ich will nicht becranen. Ich will nicht becranen. Was ist los, Tyrox? Mach doch nicht. Dann penetriere ich Melvin weiter. Könnt ihr bitte aufhören, irgendwelche Schüsselkacke in mein ME zu tun? Danke. Wir machen noch gar nichts. Ich war gerade bei Tyrox. Hallo? Ja, aber es ist so viel Schüssel bei mir. Das ist den halben Platz hier. Was ist ein Bit? Gehen wir noch auf den Server? 12,1k. Nein, du bist nicht. 12,1k von Senior Block. Kannst du dir doch noch einen Glory Hole bauen? Ich will keinen Glory Hole. Ich will einfach meine ME freirolen. Das war schön, Melvin. Ich will keinen Glory Hole. Melvin, das geht ganz einfach. Gib mir eine Kiste, einen Exporter und einen Trashcam. Ey, Melvin. Oh. Melvin. Was? Melvin. Was? Melvin. Was? Geh mir ein Bier holen. Alter. Weißt du, das ist einfach nicht so ein Cape. Das sind einfach meine Muckis, ja? Welche Muckis? Alk, du hast deine schon rausgeholt, oder? Die hier. Gut. Und da ist meine beiden noch. Das ist shit. Boah. So. Also, ich steh hier bereit. Ja, wo bist du denn? Ich steh bei mir in der Base. Ich und Holz. Kommt jetzt wieder zu CO2? Ja, ich komme. Wo seid ihr? Bei CO2. Oben bei mir. Ja je. Wie komme ich hier raus? 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 Gar nicht. Jetzt bist du tot. Ist das? Nein. Wir werden nicht geschreddert. Nein. Lass ihn doch mal in der Angst. Na. Ja. Da bist du mal rein. Ah. Ah. Ach. Ich darf nur gerade erstmal bei mir Nethersdars bestellen. weil ansonsten haben wir frei Achso, da ist er nicht So, Tyrox, Melvin ich hab euch nochmal zwei Notfallbatterien in die Kisten gelegt Tyrox, das kommt davon, wenn du so schnell rumfliegst Ja, ich hab's doch schon runtergedreht Warum geht Melvin immer aufs Dach hoch? Weil da auch ein Portal rein ist In euren Kisten ist nochmal zwei Notfallbatterien Hilft mir Nein, ihr baut nicht das Glas ab Melvin unten oder oben ist ein Eingang Über die seltsamen Blöcke, die da sind Einfach Leertaste drauf Über die seltsamen Siehst du mich? Ja Draufstellen und Leertaste Einmal Leertaste So, in euren Kisten In euren Kisten ist nochmal eine Dings Flux Ach Mann So, alle die jetzt bereit sind anfangen Shift zu drücken Ist das eine Fledermaus? Oh Here we go, boys Nein Das ist aber schwer Ach du Scheiße Ey, Endermann, was geht? Die Frage ist jetzt Norden, Süden, Westen, Osten Mitte Ich habe ein Screenshot gemacht In Westen, Osten Ich brauche eine Richtung Wenn die fliegen sollen Ich habe ganz, ganz viele Freunde Ich mache mit Ich auch Ich fliege nach Norden Okay, alle Mann nach Norden Ja, wo seid ihr? Da Okay Hast du da? Trying to be great Trying to be great Äh, Z-Kombination hat er drauf, die muss ich achten Was ist das eigentlich hier? Was ist das? Das ist ein Komet Einfach nicht abdriften Die sind abgedriftet Nein, das stimmt nicht Oh, hier sind so, so, so Dinge Oh mein Gott Hä? In welcher Version sind wir? 1, 2 1, 10 1, 10? Hä? 1, 10 steht oben links Tyrox, ich würde mich nicht überholen Bei mir steht oben links Du weißt nicht, weil der Boss von Warte mal F3 Tatsache, 1, 10 Die Zeit ist hier stehen geblieben Das war da Deswegen war da ein Komet Lul Ich habe euch einfach mal aus den Augen verloren Ja, ich muss gutzeitig stoppen Aber ich denke mal, wir müssen zu 10.000 Oh, wow, jetzt wissen die anderen, wo sie aufhören sollten, weiter zu fliegen Achso, einfach gar nicht meine Koordinaten angab Hätte ich das gar nicht sagen müssen, äh, durften Äh, nee, ich finde es lustig Es geht mir um Tyrox, der die ganze Zeit überholt Achso, Melvin, du hast eine Minimap, das ist dir klar Da stehen die Koordinaten Wir treffen uns alle bei 0 9.500 Und dann Y irgendwas Was? Y 0 9.500? Minus 9.500 Minus 9.500 Als Z-Koordinator Ey, ganz ehrlich Da mache ich jetzt erst mal das Ding auf 600% Das ist eine gute Idee Yep Oh, wenn's fällt Meeee Melvin 9.000 Also Minus Oh, hier ist wieder ein Kometh, Leute Minus 9.500 Bei X Bei Z 0 Und Y 120 Alles klar Was? Bei X müsste ich lead 0 Pst Mach Nein Nein Ich bin froh, dass Je mehr Leute wir haben, desto besser Das ist Melvin Der verliert doch sowieso Ich bin gerade am Melvin vorbei Ihr seid echt gut, ne? Oh, jetzt wieder so ein Komet. Oh, ihr seid da, wo ich eben gerade war. Vor 5 Minuten. Ich bin zu schnell für die Mini-Man. Egal. Ich werde jetzt auch runterdrehen den Speed. 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 8. Da ist noch ein Komet, da ist noch ein Komet. So, ich bin bei 10.000. Da ist noch ein Komet. Das glaube ich dir nicht. Du bist nicht bei 10.000. Also ich bin bei 8.000. Weil das Ding vor 10.000 spawnt. Also hier ist irgendwie so eine Bossleiste Chaos Guardian. Umdrehen. Umdrehen. Treffen wir uns bei Ike. Ike ist nämlich kurz vor dem Boss. Wo ist Ike jetzt? Minus 80, Minus 9570. So, das ist hier auf 150 Runde. Oh, ich seh euch. Oh, ich hab euch geflogen. Ja, Melvin ist da. Oh mein Gott, ich dachte ich würde euch nie finden. Ah, ich seh euch. Ne, Sheldon hat sich verbrauchen. Das Ding kann einen im Crate Mode 1 hitten. Ja, hier war ich doch eben gerade. Mensch Leute, was geht? Ja, also. Moin. Das ist ein Drache. Ja. Die Regel dazu ist, es sind Kristalle um ihn herum. Wir müssen erst die Kristalle weg machen, um ihn dann angreifen zu können. Frage. Okay, Melvin. Ja. Du lenkst den Drachen ab. Wir machen die Kristalle kaputt. Kriegt man von den Kristalle Schaden? Ja und nein. Und wir müssen uns mit den Kristallen zerstören bei allen, weil die respawnen. Res... Okay, let's go. Ich lenk den Drachen ab. Ich flieg als erstes rein, wenn ich Aggro hab, folgt ihr. Okay. Ich glaub ich hab Aggro. Äh. Ich bin aber noch nicht sicher, ich seh nicht. Ja, ich hab Aggro. Ist das das Sonnensystem? Ja. Ich brauche lieber Tarrox. Von den Kugeln, die er schießt, nicht treffen lassen am besten. Was ist das? Oh, das ist glaube ich an. Ist er jetzt put oder was? Oh fuck. Ich hab mich treffen lassen. Der Nebel ist weg. Der Nebel ist weg. Nein, der Nebel ist nicht komplett weg. Wenn die Kristalle sich nicht mehr bewegen, sind sie kaputt. Ja, in drinnen die sind kaputt. Hä, ich kann ihn nur einmal schlagen? Was? Den Drachen kannst du gar nicht schlagen. Die Kristalle sehen. Der hier ist noch intakt. Am besten mit dem Boden. Ähm. Okay. Nein, den kann ich hier. Irgendwie krebs aufschlagen. Hallo? Das ist sehr verbuggt. Die anderen dann erstmal machen. Das ist ein bisschen damage. Du hast doch irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube mein Schild ist gerade kaputt gegangen. Ähm. Ja, ich versuche akward zu ziehen. Kristalle sind so... Der hier ist kaputt. Ja, der hier ist noch... Ja, dich. Lieg aus dem Radius raus. Lieg aus dem Dings... Oh fuck. Der hat grad mich komplett gewone-hitted beinahe. Ich hatte aber nur noch ein halbes Herz. Ja. Aber ich glaube der geht auf mich. Kann das sein? Ja, sehen wir mal auf mich. Kristall ist kaputt, der eine. Ja, der hat aber hier unten noch irgendwo ich rumfliege. Hallo? Warte, einen habe ich hier. Der geht grad. Geht vom Kristall. Okay. Soll ich kaputt sein? Wenn der Boss sterben sollte, weg. Au. Schon wieder noch ein halbes Herz. Alter, was los? Uh. Ja, er... Er kriegt Schaden. Gut. Komme ich grad dezent Störgeräusche? Ne. Gut. No. Oh! Er... 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 Er und schiedst du mit dem. Kann das sein, dass der Kristalle wieder ganz macht mit seinem Spucken? Dann würdest du im Chat eine Nachricht bekommen, dass du ihn nicht angreifen kannst. Okay. Nicht in seiner Prasse stehen, wenn es geht. Ich muss erstmal weg, bloß ein halbes Herz. Ganz kurz hier was snacken. Oh, ich hab ihn von da hinten getroffen. Nice strike! Oh Gott, Melvin. Dein Gesang ist ja schlimmer als das auf einer kratzenden Schiefertafel. Kannst du es besser? Ich hab einen Knall. Ich hab einen Knall. Nein, Spaß. Du hast einen Knall, das stimmt allerdings. Ich hab einen Knall und darauf bin ich stolz. Sollte man darauf stolz sein? Ja. Ja. Oh Mann, da kommen mir schon fast die Tränen. Äh, kurz dazwischen stand von mir, meine erste Batterie ist leer und zwar meine große. Wenn ich es richtig sehe. Ja. Warum weinen? Warum weinen? Weil wir sind zweieinhalb leer und eine voll... ne, die ganz große sind. Wo ist der Drache? Ey, Obi, komm her! Äh, wo ist er denn? Folgt ihm die ganze Zeit. Ey, Obi! Ach, da hinten. Obi! 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 Obi. Ey, ich mach mal einen schönen Screenshot. Moral. Ja bitte. Ich komm gerade... Screenshot werde ich später einen anderen machen. Ich hab schon einen vier gemacht. Also in der Gegend und eh... und so was. Komm, lass dich den Kitzeln, du Arscher! Kitzel? Ey. Ich will auch mal mit dem... mit meiner Wache zuschlagen. Aber meine macht nämlich richtig Bums. Bums. Aber du hast ja wieder alles komplett geupgradet bei dir. Ich hab, weil ich die Waffe, das Ding sowieso früher oder später herstellen wollte, hab ich mir den Staff of Power gemacht, der einfach 100 Schaden machen kann. Dafür aber übelst langsam. Er ist jetzt langsamer als ne Axt. Ich seh'n drauf nicht mehr. Ich seh'n nicht mehr. Bei mir. Ach da. Wenn ihr nichts mehr seht, einfach in der Mitte der Plattform hier wieder fliegen, weil da fliegt er dann wieder hin. Ich zeig' es mir völlig ab. Warum? Ich muss tippen. Ein Dragon-Kicker. Mensch, bist du schwach. Hey. Training für die äußersten Fingermusteln. Oh fuck, ich hab'n Standbild. Verlass' uns nicht. Das wär' aber scheiße. Ja, geht wieder. Verfolg' mich grad. Wer hat da auf mich gewummst? War bestimmt hier Sarah. Mensch, Maven. Lass' nicht mal deine Frau unter Kontrolle. Langsam ab- langsam solltet- äh, sollten ihr bereit machen abzuhauen. Bei der Explosion kommt euch ja. Ich bin bei der Erde. Oh Gott. Ich blau' mir jetzt rein. Da. Hab' ich was verpasst? Oh. Alter. Ich hab' ich. Äh. Dick-Speed-Mult-Player. Gut. Oh, was die scheiß Hammer? Ist das ein Vulkan? Nein. Nein. Oh. Das ist kein Vulkan. Das ist aber schade. Ich würd' hier weggehen. Warum? Das ist, das ist das Böse. Da ist der Kostfall. Weil ich jetzt gleich auch hier abbaue. Was macht das? Nämlich jetzt. Äh. Jetzt könnt ihr Screenshots machen. Das ganze Ding explodiert. Das ganze Ding explodiert nämlich jetzt. Okay. Warte ich. Oh Gott. Okay. Oh. Oh. Ich versuch'n's. Ah. Was ist denn? Nuke incoming. Gar keine Sound-Effekts an. Nee. Es ist komplett ruhig gerade. Oh. Schade. Äh. Welche war noch mal die Taste, um sein Hotbar auszublenden? Äh. Du, das wirst ich grad nicht erfüllen. Er ist da. Ich schick' dir mal alle in Bilder des Tages. Jo. Und ich hau' ab. So satisfying. Die Explosion startet gerade komplett. Das ist richtig. Nuke incoming. Satisfall. Nuke air to. Death. Ja oder. Ja. So Kinder ist die Erde entstanden. Warte mal. Ist die da noch irgendwo? Äh. Ihr könnt euch ja das Ding gleich mal wieder angucken. Da wo die Plattform war. Da ist aber nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Wall ist weg. Genau. Jo. Da ist nichts. Ich finde das immer noch mit dem Kometen so. Wir sind jetzt mitten in der Plattform. Ey Leute, ich seh' euch. Ja. Äh. Mein Leute. Mein Leute. Es ist eure Sierra Nevada jetzt. Darauf erst mal ein Schlimm. Nein. Oh. Darauf erst mal. Was hab ich hier? Wunderschön Orangensaft. Wenn ihr Lehrtags und Schiff drückt, bring ich euch zu Eichs Insel zurück. Mhm. Ja. Aber schwer. Lehrtags und Schiff. Wow. Wo seid ihr? Ach da seid ihr. Äh. Ja. Wir sind alle da. Ja. Tyrox. Ja. Steckst du im Boden. Erstens das und zweitens. Wir sind noch in der Aufnahme. So und das hier ist das, wofür man diesen Drachen in der Regel tötet. Was ist das? Es nennt sich Chaos Shard. Und was macht das? Das hat verschiedene Verwendungszwecke. Der Hauptverwendungszweck ist der Draconic Reactor Core. Was ist das? Etwas was unsere ganze Welt lahmlegen würde. Cool. Mach mal. Klar. Du musst dir vorstellen, du hast die Explosion grad gesehen? Ja. Du könntest sowas gezielt hier in dieser Welt hervorrufen. Also ich will ein Schill kaputt machen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Feigling. Oh oh oh. Ich werd mal ne Schüssel wieder raus machen. Ach komm, das ist mir viel zu anstrengend. Warum werd ich hier vollgeladen bei mir? Schissel-Clicker. Achso nee, das war was anderes. Ey Melvin. Ja. Ey. Ich glaub's noch. Hä? Stimmt, da war ja was. Das kann ich auch. Warte. Ne, kann ich nicht. Ich hab... Ich glaub ich hab keine Energie mehr. Hä? Das werd ich dir nicht verraten. Das ist mein Geheimnis. Das werde ich dir nicht verraten. Das ist mein Geheimnis. Das wäre mir auch wenn ich keine Energie überlesen. Das war schon ganz nicht schön aus. Für mich wird das eine Hörelение erfunden. Vielen Dank.